Sanierung der Fresken der kleinen Beifahrtsker Bellemaria Waldesow am 20. Juli 2012 der Kunstmaler Roland Mutter bei seiner liebevollen Arbeit an der Restaurierung der Freske mit der Darstellung Taufe Jesu durch Johannes Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017